Achtung! Jetzt kommt Tarzerex! Im alten China war was los, die Tyrannei war riesengroß, die Götter sprachen, das ist nix! Wir schicken euch den Tarzerex! Der Tarzerex übt Tag für Tag, den Rund- und auch den Viereckschlag, doch wird er irgendwo gebraucht, da kommt er auch schon angeraucht! Ich suche diesen Spitzbuben Papa Tolati, habt ihr den gesehen? Ja! Er ist da vorne um die Ecke gewischt! Er wird gleich mal mit einem Kung-Ku-Trommelfeuer eingeseift! Tarzerex, krieg二 Blut! Tarzerex, krieg dir Blut! Tarzerex, der Kung-Kuh hält, der niemand auf die Schnauze hält! Tarzerex, krieg dir Blut! Ich bin zwar ein Tierfreund, aber das geht zu weit. Der war lecker. So siehst du aus. Hey, hopp, hopp. Ja, Freunde, so kämpft Tarzirix, der Freund der Schwachen und Feind der Bösen. Was macht der denn? Ich mache einen bunten Luftballon aus dir. Nein! Ich fliege! So leicht verdrückt mich keiner. Die Schlange ist kaputt gemacht. Jetzt werde ich euch mal eine Nachhilfestunde in anständigem Benehmen geben. Das ist das letzte Lädis. Na kommt doch, ihr plumpen Schlagpüppel. Hey, da, und diesen. Und noch einen für Opa, Oma und fürs liebe Kind. Vaterlich, hängt wieder zu. Vaterlich, hängt wieder zu. Vaterlich, der Funko hält, der niemand auf die Schlauze greift. Vaterlich, hängt wieder zu. Jetzt vernasche ich dich, du kleines Mäuschen. Lässt du wohl die Obstmesser stecken, du Schlinge. Aua! Für heute reicht's, aber bald kommt Tatserix in euer Kino. Hять Mäuschen. S停. Und wenn du dieтом Jun gehabt hast,